Dass ich vor lauter Arbeiten gar nicht zum Arbeiten komme. Da wollte ich eine schöne Pause machen und da habe ich mir gedacht, wenn du schon den ganzen Tag so schön gearbeitet hast, kannst du dich ja selbst belohnen, indem du mit deiner schönen Frau rausgehst. Bitte verschomm mich mit deinen Tricks. Fällt dir nichts Neues ein? Das hast du mir vor zehn Jahren auch schon gesagt. Es kann mir ja nichts Neues einfallen. Meine Gefühle zu dir sind ja die gleichen geblieben. Du weißt doch, dass ich ein absoluter Fan von dir bin. Warum haben wir uns dann getrennt? Warum hast du dich dann getrennt von mir? Siehst du, du sagst auch immer das Gleiche. Dir fällt auch nichts Neues ein. Immer sprichst du von demselben. Das habe ich dir doch schon oft genug beantwortet. Nein, der Antwort bist du immer ausgewichen. Also, sag es. Ich sag's dir am Abend, ja? So schwere Dinge kann man doch nicht zu einem Telefon besprechen. So durch ein schwarzes Kastl durch. Ich hätte aber erst ab zehn Uhr Zeit. Zu spät will ich nicht mehr außer Haus gehen. Da liege ich schon im Bett. Kann ich zu dir kommen und mich dazulegen? Dazulegen kannst du dich bei einer anderen. Kannst du nicht einmal ernst sein? Aber bitte, ich möchte dich wirklich sehen. Es baut mich auf.